Das Aktmodell – Floras nasse Stunde Bereits beim Betreten des großen Saals der Kunsthochschule spürt Flora ihre übervolle Blase pochen. Mit dieser Belastung fällt ihr das Stillsitzen als Aktmodell extrem schwer. Bald hält sie den heftigen Druck nicht mehr aus und vor den Augen der Studierenden und des Professors geschieht, was partout nicht länger zu verhindern ist. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de